Aber noch gehen die Werkzeuge weg wenigstens. Das ist noch gut so. So der Sumpf ist jetzt auch in unserer Hand. Das ist ein kleiner Spion. Der wird es unbedingt wissen. Unsere Daten schicken wir mal direkt an die Grenze. So, jagt den mal hier. Sehr gut. Wie viel Kampfkraft? 59. Das lässt sich doch sehen. So, dann sucht mal. Wir wollen auf jeden Fall ordentlich Kohle haben. Sehr schön. Das nenne ich mal einen Batzen Kohle. Wir gucken erstmal wo die noch Kohle finden. Und dann bauen wir so ein bisschen strategisch sag ich mal. Da kriegt kein Stein mehr. Kohlenmine, sehr gut. Machen wir gerne dann. So, Bogenschutz nochmals aufgewertet. Sehr gut. Das läuft doch. So, hier gehen die Soldaten schon mal runter. Der Priester ist auch unterwegs. Sehr, sehr schön. Kohle sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. So. Und da. Da brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Spitzhacken. So, für den Schmied haben wir da den Hammerschwurm. Ne, ne? Ich glaube noch nicht. Okay, der Spion ist weg. Na gut. War ja auch nur eine Frage der Zeit bis er mal erwischt wird. Die stehen ja schon die ganze Zeit da eigentlich rum. So. Es ist mir staunig, dass die erst jetzt erwischt worden sind. So, da noch eine Kohlenmine. Dann machen wir noch eine Spitzhacke. So. Da brauchen wir noch ein paar Getreidefarm. Den Steinbruch kann ich abweißen. Wo war denn der am Ackern? Und wo ist der jetzt? Ach, hier hinter vielleicht. Na gut. Ist nicht so dramatisch. Waren wir noch? Waren wir noch eine Sensor? So. Okay. Okay. Mehr kann ich hier wahrscheinlich erstmal nicht frei machen. Aber was soll's. Das reicht ja auch erstmal. So. Hier kommt schön Dahlen. Der Priester braucht ja noch eine Weile. Die Schnecke. Okay. Okay. So. Du kannst dann mal hier ins Landesinnere weiter gehen. Du kannst ja was sehen. Ohne dass du erwischt wirst. Hier scheinen noch keine Soldaten zu sein. Immerhin. So. Kampfkraft ist schon bei 62. Sehr schön. So liebe ich das. So. Wie sieht's aus? Die zwei Spitzhacken wurden gemacht. Jetzt drei Spitzhacken da. Viel Kohlenmühlen. Sehr gut. Und eine Sense ist erlegt. Sehr sehr gut. Halt. Wo ist der Nächster? Okay. Der hier. Ja. Da ist der. Und der steht hier noch eine Weile rum. Produzieren aber auch noch ein Stück. Kann das sein? Keine Soldaten oder sowas? Hängt die irgendwo fest? Hängt die irgendwo fest? So. Der drin ist eher fällig als die Burg wahrscheinlich. So. Den Steinbruch reißen wir mal ab. Da geht einer ran. Okay. Da ist ja noch einer dabei. Und hier können wir auch noch einen hinstellen. So. Der Priester ist jetzt auch da. So Herr Priester. Acht Leute. Oder Quatsch. Acht Leute sag ich schon. Zehn Leute brauchen wir hier. So. Das ist ja nur. Gegner Bann. Ja. Kommt schon her. So. Das dürfte er erledigt sein. Hoffe ich. Das müsste eigentlich erledigt sein. Na komm doch her. Komm doch her. Ich mach euch platt. Was? Ja. 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 Wir gehen dann hier doch. Ja. Geh zu deinen Freunden im Knast. Nein. Geht mit hier. So Du Priester gehst mal wieder nach oben Schleich dich Er wird eh gleich wieder zurückkommen Da sind noch Nach meiner Meinung Ein bisschen zu viele über Das ist mir noch zu viel Ich weiß nicht ob da noch mehr runter müssen Den befüllen wir gleich mal Ich hoffe wir können mit dem Soldaten mal nachschauen Die Gegner da sehen Wenn wir die sehen werden wir die hier auf jeden Fall zählen erstmal Bevor wir da irgendwas anderes machen Den werden wir mal weg machen Und schon Ja tschüss der macht nichts Sehr gut Sehr gut So dann geht mal gucken Wenn die paar Soldaten die werden es auf jeden Fall schaffen den Turm da zu erledigen Aber ich möchte sicher gehen dass wir hier auch genug Soldaten reingeschickt haben Und dass wir dann die Soldaten hier unten platt machen und ja Außer Spesen nichts gewesen Doch das sind aber mehr als 10 2 2 2 4 6 8 Ja ok Dann haben wir es ja Dann haben wir die hier in Gefängnis schon gesperrt Sehr gut Dann können wir ganz in Ruhe das hier Dann können wir ganz in Ruhe das hier Fisch und Fleisch Das nehme ich So die Korneln sind auch gleich fertig Dafür noch ein Stein Wie sieht es hier aus Das Wohnhaus ist fertig Sehr gut Die Getreidefarm muss noch fertig werden Das ist die 1 Sister ok Und eine Sense fehlt noch Gut Dann haben wir schon mal den ersten Teil wenigstens erledigt Wie sieht es hier mit Brot aus Die Mühle kommt ganz gut hinterher soweit Ein paar Säcke hat sie ja Der Bäcker ist ein bisschen lahmarschig Na gut Ein Bäcker für 5 Kohlenminen Wird schon heftig So Genau Holt euch mal die Piraten hier Die Piraten Asiaten Schaffen wir das doch nicht Das wäre jetzt kacke War ich ja doch ein bisschen übermütig sonst Ich dachte mit 64% Kampfkraft Sollte reichen Aber anscheinend nicht Ok wir müssen noch welche runter schicken Na gut Na gut So das reicht Die braucht hier nicht noch weiter Bis ans Ende hier Alles einnehmen Im Moment Lass es Alles stehen bleiben Danke Danke so die burg und steine noch ein steinmetz haben wir noch da die holen sich den turm da schnell damit da ruhe ist und hier sammeln wir unsere soldaten heute so gold haben wir auf jeden fall ganz gut was da das ist sehr schön hier drei der farm ist dann fertig das wohnhaus ist fertig wunderbar gut dann kann es ja losgehen endlich mal richtig ackern lassen da ist noch für kohlen liegen könnt ihr mal hier noch suchen vielleicht findet ihr auch noch was auf jeden fall werde ich gucken dass ich noch eine bäckerei später dann aufbaue wenn hier genug getreide dann im umlauf ist könnt ihr jetzt schon mal eine bauen oder noch eine besser nein nicht da gar nicht dann hier das wäre doch ein bisschen doof wenn bei der getreide farm da drunter noch eine bäckerei ist so die beiden kriegen gerade kein getreide das dauert noch ein bisschen erstmal anscheinend was mich jetzt nicht so stört ok die steine sind auch alle da dann können wir die burke jetzt auch voll besetzen gleich sehr gut läuft alles so jetzt einmal fleißig hast du ja genug gebiet da wo du was anbauen kannst da ist noch eine bäckerei genau wir haben auch schnell zu planieren staunig so die burg ist fertig alle mal rein sehr schön verteidigung steht schon mal da kommt keiner mehr vorbei so hier könnt ihr hier suchen vielleicht findet ihr noch was schönes nutzloses nutzlose sachen findet man ja gerne da ist noch gold brauchen wir nicht ok der angriff startet ich kann mal ach komm das ist erledigt ich kann die eigentlich schon wieder zurückschicken